Eintracht Frankfurt geht mit einer ordentlichen Ausgangspositon ins Achtelfinalrückspiel gegen Inter Mailand Im Hinspiel erreichte Frankfurt zu Hause ein 0-0-Dum die Eintracht verpasste zwar trotz guter Chancen den Sieg, kassierte aber auch kein Gegentor Mitverantwortlich dafür, Kevin Trapp, der einen Elfmeter hielt, der Live-Decker zum Nachlesen Sport 1 fasst die Stimmen von RTL Nitro, der Sonne und aus der Mixzone zusammen, die Statistiken zum Spiel Anzeige meistgelesener Artikel 1 Fußball der FB-Team Hummels reagiert auf Ausbuttung 2 Wintersport-Biathlon-Beathleten holen erste Medaille 3 Fußball-Bundesliga-Kovac, Löw hat zweimal angerufen 4 Fußball-Champions-League-East-Dochel bei PSG schon am Ende 5 Sport 1 BMW statt Audi FCB winkt wohl 800 Millionen Die Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt, zu Hause einen Elfmeter zu halten, und dann noch vor der eigenen Kurve, ist ein tolles Gefühl Vor allem war es wichtig, weil wir kein Gegentor kriegen wollten heute. Zur Unterstützung der Fans, ich glaube, dass wir hier nochmal einen Riesenvorteil haben, wenn wir hier zu Hause spielen Das haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen, als wir auf unsere Kurve gespielt haben Das hat uns sicherlich geholfen. Man will natürlich alles tun, um der Mannschaft zu helfen Viel wichtiger ist es, dass wir kein Gegentor kassiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einen draufgelegt, überragend verteidigt Mailand hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufs Tor geschossen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht Wir wollten uns eine gute Ausgangsposition verschaffen. Wir haben unentschieden gespielt, kein Gegentor bekommen Das ist glaube ich eine ordentliche Ausgangsposition. Wir haben natürlich auch viele Möglichkeiten, eins zu schießen Das dürfen wir bemängeln heute. Ansonsten war das vor allem in der zweiten Halbzeit, sehr gut Zu den unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatten wir wahrscheinlich zu viel Respekt vor dem Namen, aber auch vor einer guten Mannschaft Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, ganz ehrlich, wir spielen zwar gegen Inter Mailand, aber wir haben auch eine super Mannschaft auf dem Platz Wir müssen uns mehr trauen, mutiger spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir, ich will nicht sagen, Mailand an die Wand gespielt, aber wir haben keine Chance zugelassen und relativ viele Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen Das müssen wir einfach wissen, dass wir die Qualität haben, dass wir so Fußball spielen können, wie wir es in der zweiten Halbzeit gezeigt haben Wichtiger ist, dass wir keins gekriegt haben. Jetzt dürfen wir in Mailand nur nicht verlieren Jason Fernandes, Eintracht Frankfurt, wir hatten Mühe in der ersten Halbzeit Wir waren etwas zu tief. Wir waren nicht kompakt genug. In der zweiten Halbzeit haben wir das gut gemacht, Chancen rausgespielt, aber leider kein Tor gemacht Aber wir haben eine gute Leistung gebracht in der zweiten Halbzeit. Darauf müssen wir aufbauen Zu den 11 Entscheidungen um Sebastian Haller, er sagte mir, Kontakt, Elfmeter Hier ist auch ein Kontakt. Sebastian kann schießen, wenn der Verteidiger nicht da ist Für mich ist das ein Elfmeter. Wenn er meinen gibt, muss er den auch geben Der Sohn gratis testen und die Europa League live und auf Abruf erleben Anzeige Bilder Galerie Das sind die spektakulärsten Choreos der Eintracht-Fans Wir sind vor der Partie reingegangen und haben gesagt, wichtig wird es sein, kein Gegentor zu bekommen Das haben wir geschafft. Aufgrund der ersten Halbzeit, in der Trab einen Elfmeter hält, können wir durchaus zufrieden sein Wenn man die zweite Halbzeit sieht, hat man gesehen, dass wir unbedingt das Tor wollten Aber man muss schon sagen, mit dem 0 zu 0 zu Hause, ungeschlagen, die 0 gehalten, da sind wir durchaus zufrieden Service, der Spielplan der Europa League, zur zweiten Halbzeit, ich bin richtig kaputt So wie schon lange nicht mehr. Jeder hat gesehen, wie wir in der zweiten Halbzeit marschiert sind Es hat keine Position gegeben. Jeder hat jedem geholfen. Der eine war mal da, der andere da Es war eine unglaubliche Leistung von uns in der zweiten Halbzeit. Dafür hätten wir uns auch belohnen sollen Aber wichtig ist, dass wir die 0 stehen haben. Das macht Mut fürs Rückspiel. Zur ersten Halbzeit, wir haben gegen ein gutes Inter Mailand wenige Chancen zugelassen Aber natürlich waren wir nicht mutig. Deshalb hat der Trainer das angesprochen in der Halbzeit Mutig sein, was soll passieren? Genauso sind wir dann aus der Kabine gekommen Vielleicht war ein bisschen zu sehr die 0 im Hinterkopf, dass wir unbedingt die 0 halten wollten In der ersten Halbzeit hat vielleicht der Mut gefehlt. Der war in der zweiten Halbzeit voll da Stefan de Vry, Inter Mailand, wir haben gemischte Gefühle. Wir wollten das Spiel gewinnen oder zumindest ein Tor erzielen Wir hatten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, mit dem verschossenen Elfmeter und anderen Chancen In der zweiten Halbzeit hat Frankfurt besser gespielt und uns unter Druck gesetzt Wir hatten mehr Schwierigkeiten. Am Ende steht an 0 zu 0 und zur zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt Wir haben uns aus ihrem Druck befreit und einige Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir nur selten in der Lage, den Ball in unseren Reihen zu halten Wir haben viele Bälle verloren. Sie haben die zweiten Bälle gewonnen. Es war schwieriger Freddy Bobic, das lässt uns zwei Optionen für San Siro. Und das ist gut. Inter hat nur eine Option Sie müssen zu Hause gewinnen. In der Kathedrale des Fußballs in Mailand ist auf jeden Fall was drin Uns reicht ein Unentschieden auswärts mit einem Tor oder ein Sieg. Deswegen haben wir zwei Optionen Zum Elfmeterpfiff. Ich hätte ihn nicht gegeben. Wir spielen internationalen Fußball Es ist ein leichter Kontakt da. Beim Kontakt lässt er sich sofort fallen. Er muss da nicht fallen Es gibt Szenen im Fußball, da musst du fallen, weil du runtergetreten wirst. Oder du lässt dich fallen Das war eher die zweite Variante. Clever gemacht. Der Schiri steht drei Meter nebendran und sieht das nicht bzw. Sieht es so, dass er einen Elfmeter gibt. Für eine schottischen Schiedsrichter haben wir uns schon gedacht, ein bisschen komisch Er war schon ein bisschen kleinlich, vor allem international gesehen. In der Bundesliga würde man sagen, keine klare Fehlentscheidung Der Schichter hat man eine zu国ieren, weil das quasi die Neues geschadet wird. Der Schichter hat sich nun gerade mit dem Vorfall benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020